Bottles, Bikes & Cars liegt absolut im Stadtzentrum. Wir verfügen hier über eine Parkfläche von ca. 20 Parkplätzen. Wir haben hier eine Kfz-Halle mit entsprechenden Fahrzeugen. Und eine kleine Werkstatt. Dort können wir mechanische Tätigkeiten, ein bisschen zum Schweißen, Konstruieren, durchführen. Unser Büro mit Sozialräumen. Dann haben wir hier ein Verkaufsbüro mit Scharfensterfläche. Und eine Doppelgarage mit entsprechenden Flächen.